Mein lieber Kassler, die ganze Nacht sind wir durchgefahren, jetzt haben wir diesen wunderschönen Ausblick über Rostock, Warnmünde. Da ist der Strand, da ist das Meer, das hört man nur, man sieht es nicht im Dunkeln, aber man spürt es. Ich spüre es, ich spüre es ganz oft. Ich muss auch sagen, ich finde es wunderschön. Ich finde, wir wurden auch sehr schön empfangen unten auf dem Hotel. Und ich bin ganz selig. Ich freue mich sehr auf Rostock. Wo ich jetzt mal ein bisschen bei der Arminia reingeschnuppert habe, kannst du jetzt mal bei Hansa reinschnuppern. Boah, Wind halt. Windig, windig, windig. So, wir stehen hier vor unserem legendären Ostseestadion. Ostseestadion, die Kogge hinter uns. Ja, die Kogge, die schwimmt gerade aus sehr, sehr gutem Wasser und jetzt gehen wir jetzt mal trainieren, oder? Ja, würde ich sagen. So, los. Stadion, ist schon auf jeden Fall ein bisschen ähnlich wie bei euch. Bayern ist es viel größer. Du, aber sind auch ein paar Sachen gleich wie auf der Alm, oder? Oh, Leute, haben wir auch wieder ein paar Gegner, ne? Haben wir auch wieder Federn lassen müssen, ne? Faded. 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 Komm, Männer. So. So werden wir beim Spiel. Oh, das wird echt die Dorfwunder, oder so. Und ein Gast aus Bielefeld, war ja auf der wunderschönen Alm in Bielefeld, hat mir Casper seine Heimat gezeigt. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen meine Heimat und unseren Verein, FC Hansa, die uns gleich ein bisschen mittrainieren lassen. Ich bin ja auch ein begnadeter Sprinter, ne? Also, falls ihr noch irgendwie eine schnelle Maus braucht, ne? Also, Leute. Ich finde ja, dass die Kogge dir ganz gut steht, muss ich sagen. Also, natürlich, das Aminia-Logo steht dir am allerbesten, aber die Kogge steht dir auch ganz gut. Ja, ich fühl mich wohl, ich fühl mich wohl. Blau, weiß, rot. So schön. Freu mich sehr. Wirklich. Und passbar. Es ist auch so ganz viel Aufregung drumherum. Voll, ich bin mega aufgeregt. Einmal! Yes! Einmal! Oh, na, hey! Acht! Neun! Einer noch! Zehn! Oh! Was wir für einen Trainer hier haben bei Hansa Hostock. Reicht für Stuttgart, Leute. Okay, auf geht's, komm! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Oh, Hilfe! Troll! Sechs! Na klar! Ach! Ja! Heuchert! Er holt dich mal durch! Oh! Leule! Hey, Junge! Komm, komm, komm! Aaaaah! Dann stelle ich mich mit dem Arsch ins Tor und alle dürfen raufschießen. Habe ich es gerade gesagt? Richtig gut. 1, 2, 3, 2, 1! So, Kassler gegen den schnellsten Spieler von Hansa zu sprinten. Gute Idee oder nicht so gute? Welcher Freund hat dir gesagt, da könnte man sich zehren? Und wer hat sich gezehrt? Ja, aber als Entspannung würde ich sagen, machen wir eine kleine Bootstour durch unseren Hafen. Dann lernst du die Stadt von der Wasserseite kennen, was ja sehr, sehr schön ist. Ich hoffe, du freust dich. Wir haben gerade ein paar Neoprenanzüge gekauft, aber wofür wir die brauchen? Wie? Wo? Ja, ich habe gesehen, dass wir die geholt haben, aber ich habe nicht gecheckt warum. Springen wir noch ins Wasser oder was? Das wirst du später sehen. Okay. Aber noch eine kleine Überraschung für dich. Oh, da ist ja einiges los hier. Da leitet einiges vom Hof. Ja, Leute. Was macht das? Dankeschön. 35 Euro. Stimmt so. Dankeschön. Vielen Dank, ne? Sag mal, ist das eigentlich ein Seelachsbrötchen? Das ist ja ein Seelachsbrötchen. Die Leute denken, es ist Lachs, aber Kassler. Erzähl doch mal die wahre Geschichte zum Seelachs. Den Seelachs gibt es gar nicht. Das ist nämlich eigentlich der Köhler. Und es wurde immer Köhler ohne Ende geangelt oder gefangen und verarbeitet. Und die Leute haben den Köhler nicht gekauft. Als sich eine windige Geschäftsfrau gedacht, nenne ich das doch einfach Alaska Seelachs. Alaska Seelachs gibt es nicht. Das ist eigentlich nur der Köhler mit einem anderen Namen. Leute, lasst euch nicht verarschen von der Industrie. Lieben wir trotzdem vom Geschmack. Hau rein. Das ist der Köhler. Alaska Seelachs ist ein Köhler. In dieser ganzen Nummer. Was denn? Der Schrei Maxis. Ist der vorne rechts. Ne. Ich will nur rumbrüllen. Wie so ein Arschloch. Ich will die auch mehr durchbeleidigen, wenn ich ehrlich bin. So lieber Kass, komm her. Ich stehe hier nämlich vor einem sehr, sehr denkwürdigen Ort. vom Traditionsschiff. Und das ist mein Viertel. Groß Klein da drüben. Da ist dein Block. Groß Klein. Mein Block ist praktisch da rein. Einmal durch. In die Mitte. Geil. Hier ist der Gigapark. Da war damals das fette große Konzert hier. Das erste. Und das Groß Klein. Was war das erste fette Konzert? Wo war es? Gigapark. Über 20.000 Leute. Das war genau hier. Hier ist der Gigapark. Und ja. Da. Mein Block. Rostock Groß Klein. Ewige Liebe. 1.8109. 10.000 Joints. Blut. So mein lieber Kassler. Ja. Jetzt fahren wir an diesen riesigen Umwelt-Kreuzfahrtschiffen vorbei. Was hast du denn jetzt vor? Wollen wir jetzt eine Kreuzfahrt machen? Ist ja mein großer Traum so ein bisschen. Udo Lindenberg. Mit dem solltest du dann fahren. Der macht immer Kreuzfahrten. Für mich ist das ja gar nichts. 10.000 Tonnes of Metal. Ein rollendes Kreuzfahrtschiff Metal Festival. Das finde ich geil. Sowas müssen wir auch mal machen. Sowas machen wir auch. Aber umweltbewusst mit nur 80 Millionen Liter Öl. Mit Sonnenblumen. Boah Leute. Sogar Schatten direkt. Boah. Allein die Rettungsboote sind so lit. Guck dir das mal an. Ja. Ja. Leute hier. Was ist denn hier los? Guck mal rüber. Sie holen die Hubi. Goatland. Goat. Goatland. 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 Boah. Mach doch mal. Warum macht der nicht? Ich glaube die dürfen nicht. Da fährt die Fähre nach Hohe Düne sogar. So mein lieber Kassler, die Neoprenanzüge, die ich von uns besorgt habe. Die haben mich aus Spaß besorgt. Sondern zum Surfen? Nee. Du taust jetzt hier runter, weil ich habe nämlich noch nicht meine Schlüssel für mein Auto verloren. Nein Quatsch. Und zwar dort vorne ist eine Station. Da wohnen ein paar ganz süße Tierchen. Lass uns überraschen was für Tierchen das sind. Haie. So mein lieber Caspar. Ja jetzt bin ich mal gespannt. Ja jetzt haben wir diese wunderschönen Neoprenanzüge. Ich finde die steht hier sehr sehr gut. Ich finde das sehr sehr gerade. Ja ich habe noch nie mal mit dem so gerade gestanden glaube ich. Ja weil wir kriegen nämlich jetzt Besuch. Der alte Buckel Kassler. Ja von wem? Wir kriegen Besuch. Nicht von einem Surfbrett oder einem Surfboard oder was man so denkt. Nein. Ich dachte jetzt wird gewakeboarded. Ich habe ein paar tierische Freunde. Guck mal da hinten aufs Tor. Hallo. Lieb ich. Hallo. Hallo. Und Caspar wie findest du die Tiere die ich hier besorgt habe? Lieb ich ganz doll. Mo. Hallo. Ah Mo. Ist das süß. Ist das süß. Na ja also wir schwimmen hier mit Mo. Mo gibt Küsschen. Caspar ich würde sagen das ist doch eine ganz schöne Überraschung oder? Das blieb ist richtig doll. Können wir auch. Können wir auch. Ein andersrum. Können wir auch. Machen wir auch. Dad wollt ihr dann auch einen Fisch? Ja Caspar. Ist doch schön unser Mo oder? Ja. Adaptieren wir Mo? Ja. Den haben wir gut gemacht. Die Frucht meiner Lände. Unser Lände. Zähne. Ey. Na. Andere Seite. Hallo. Hallo. Kleine Maus. Ah. Der krallt in meinem Pipi. Ah. Das? Na. Nicht in den Hals beißen. Das mögen wir nicht. Null. Von den Robben zu den? Robben. Strandfußball. Rostocker Robben. Gut so. Ne. Ne. Ja. Ich will nicht mehr. So lieber Cas. Wir sind hier in Jamel bei der wunderbaren Familie Lohmeier. Und ähm. Ja. Und äh. Wie viele Leute sind jetzt heute hier? Äh. 1.300. 1.400. Circa ungefähr. Für diesen kleinen Hof von 8.000 Quadratmetern ist das schon eine ganze Menge. Ah. Und ja. Jamel rockt den Förster. Wir finden es auf jeden Fall mega, dass es hier so stattfindet. Und dass es für ein gutes Statement ist so. Und freuen uns sehr hier zu sein. Und es gibt natürlich hier in diesem Ort gibt es hier so ein paar Pilatzen, Nazis. Arschlöcher. Arschlöcher, die da sind. Und hier gibt es dieses wunderbare Festival. Und der Kassler und der Martinek, die räumen wir mal auf. Ja. Ja. Super. Hau rein. Wir sind dabei. Ja. Schönen guten Abend, Jamel. Das war Materia. Es ist nicht im Geld, dass ich zähle. Nicht in den Hotels dieser Welt. Es ist in den Gehen, in der Art wie ich geh. Mich bewegt wie ich red. Wie ein Champion. Ja, wie ein Champion! Kess, wie ein Champion! Ja, wie ein Champion! Ja, wie ein Champion! Ja, wie ein Champion! Letzter Tag dieser wahnsinnigen Reise. Ich bin gut platz, ich kann kaum laufen. Nachdem ich gestern im Sprint ordentlich abgeliefert habe. Ja, und jetzt? Anbaden! Gehen wir mal an! Wenigstens spürt man sich mal. Das ist ja das Wichtige, dass man sich im Leben spürt. Die meisten Leute spüren ja nichts mehr. Das bedeutet für mich aber auch, nicht leben. So, Herr Kassler und ich kennen da gar nichts. Bei uns dauert das 3 Sekunden bis wir im Wasser sind. Das werden die anderen Leute noch überlegen, ne? Ja! Und machen! Das ist bei uns so! 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 Vielen Dank.